Nachdem gestern meine knapp 1 Mio. Dollar an Long-Positionen geschlossen worden sind, Leute, war ich heute Morgen noch eine Runde am Paddle-Tennis-Platz und habe tatsächlich relativ schnell gemerkt, okay, der Kurs sinkt weiter und es bricht immer mehr Panik im Markt aus. Es ist an der Zeit für mich ein Video zu machen. Wir werden natürlich heute über mögliche Entries reden für neue Trades, abgesehen davon, Leute, ich kann euch jetzt schon mal mal sagen, wir wollen uns ein bisschen in diesem Video damit beschäftigen, was denn mit dem Kurs bis zum Ende des Jahres höchstwahrscheinlich passieren wird. Denn wir haben eine Sache, die ich auch schon vor über einem Jahr und auch ab und zu immer mal wieder angesprochen habe, und zwar den Ethereum-Bitcoin-Preis. Und dort bewegen wir uns gerade in eine sehr, sehr, sehr wichtige Zone, die in der Vergangenheit, und Leute, ich kann euch jetzt schon mal beruhigen, eher dafür gesorgt hat, dass wir nochmal einen großen Bullrun gesehen haben oder eine Continuation oder sogar den wirklichen Start erst der jeweiligen Bullruns. Eine Sache, die man aber hier bedenken muss, Leute, das Ganze ist nicht auf Tage, sondern hier an der Stelle auf Wochen und eher Monatskerzen bezogen. Also das wird uns jetzt hier nicht kurzfristig irgendeinen Trend-Entry geben, aber wir müssen uns natürlich erstmal mit den übergeordneten Timeframes beschäftigen, um herauszufinden, was erwarten wir denn vom Preis generell und vom Markt über die nächsten zwei Monate. Und dann können wir natürlich auf den kleineren Timeframes gute Entries für unser übergeordnetes Szenario finden. Das heißt, lasst uns über die USDT-Domains reden, lasst uns über den Ethereum-Preis reden, lasst uns über Litecoin, Bitcoin und, wie gesagt, auch den Ethereum-BTC-Chart reden, denn dort bewegen wir uns aktuell in einen sehr, sehr interessanten Bereich. Als allererstes mal, was ist denn jetzt passiert? Leute, ich hatte euch in meinem letzten Video gesagt, Bitcoin befindet sich hier in diesem Abtrendkanal. By the way, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar und schreibt vor allen Dingen mal zum Kommentar dazu, ob ich demnächst auch mal wieder anfangen soll zu Livestreamen. Fügt einfach mal einen Livestream in die Kommentarsektion rein und dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich vielleicht irgendwie nächstes Wochenende einfach mal wieder auch mal live gehen und mal wieder eine kleine Live-Trading-Session wie früher immer einlegen. Falls ihr darauf Bock habt, wie gesagt, einfach mal einen Kommentar mit Livestream oder halt irgendwas, das ich streamen soll oder das ihr euch da freuen würdet. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Reden wir jetzt aber, wie gesagt, über den Preis. Bei Bitcoin ist nicht allzu viel passiert. Ich hatte euch ja gesagt, sobald wir hier aus diesem Abtrendkanal ausbrechen und dieser Abtrendkanal uns nicht erfolgreich langfristig über den Widerstand auf dem Daily und Weekly bringt. Und da habe ich euch ja gesagt, wird es nicht nur zählen, ob es am Wochenende passiert, sondern es kann auch noch am Montag passieren. Und Leute, was ist passiert? Am Montag war natürlich die Kerze, die uns dann tatsächlich wieder unter den wichtigen Support gebracht hat. Und das ist natürlich immer die Sache. Die Märkte lassen sich immer ganz gerne Zeit, die Leute mehr oder weniger in eine Falle zu locken. Und wir persönlich, muss ich ganz klar sagen, hatten ja auch einen 1-Million-Dollar-Long-Trade. Der wurde natürlich profitabel geschlossen, als wir hier wieder runter korrigiert sind. Den haben wir ja schon hier unten geöffnet. Und wir hatten einen weiteren Long-Trade, den ich gestern hier unten geöffnet hatte. Das hatte ich euch natürlich auch live hier wieder announced gehabt, dass ich in einen Long reingesprungen bin hier an der Stelle vor 22 Stunden. Aber auch dieser wurde tatsächlich profitabel geschlossen. Genauso wie natürlich mein Light-Coin-Trade. Wie ihr seht, Leute, bis jetzt, seitdem ich zurück bin, weiterhin kein negativer Trade. Wie ihr wisst, diese beiden Trades hier, das ist derselbe Trade. Das heißt, auch hier an sich profitabel mit über 500 Dollar. Kein einziger negativer Trade. Und jetzt soll das natürlich so bleiben. Aus diesem Grund müssen wir jetzt hier uns überlegen, was denn unser nächster Entry sein wird. Und wie gesagt, Bitcoin ist hier erstmal nach unten ausgebrochen. Und viele Leute würden jetzt sagen, okay, das ist natürlich sehr bearish. Wir kriegen jetzt hier eine Rejection auf der Weekly und auf der Daily. Und natürlich ist theoretisch jetzt für viele Leute erstmal wieder so ein bisschen die Meinung, dass Bitcoin über die nächste Zeit potenziell bis hier runter auf 50.000 Dollar Level fallen kann. Und ihr kennt das 50.000 Dollar Level. Das 50.000 Dollar Level ist eine Sache, die wir schon seit Ewigkeiten, jetzt bin ich hier tatsächlich im falschen BTC-Chart, egal, ist eine Sache, die wir schon seit Ewigkeiten im Auge behalten, wie ihr wisst. Und das ist natürlich eine Sache, wo man ganz, ganz klar sagen muss, okay, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal sehr stark korrigieren, dann würde es so eine große Panik geben. Und es würden ein paar Sachen passieren, die wir normalerweise nicht wirklich bei Bitcoin erleben. Eine Sache, die ich euch aber sagen kann, selbst wenn diese Korrektur kommt, bin ich der Meinung, dass das mit Abstand die finale Korrektur bei Bitcoin und bei den Kryptowährungen sein wird. Wir gehen maximal nochmal auf 50.000 Dollar runter, 30.000, 40.000. Das ist alles nicht realistisch meiner Meinung nach. Ich sage euch jetzt auch warum. Wie gesagt, wir gucken uns gerade die größeren Timeframes an. Wir reden nicht mal davon, dass diese Korrektur jetzt unbedingt passieren muss. Da können wir uns jetzt über die nächsten Tage die kleineren Timeframes hier ein bisschen anschauen. Aber was wir wissen ist, selbst wenn diese Korrektur passiert, haben wir eine Sache, die ganz interessant ist. Und zwar guckt man immer sehr viel auf Bitcoin, aber man muss auch immer mal ein bisschen auf Ethereum und Bitcoin schauen. Weil Ethereum ist natürlich unser größter Altcoin, auch eine Kryptowährung, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und was wir hier in der Vergangenheit immer gesehen haben, ist, dass Bitcoin und Ethereum eigentlich immer in eine kleine Bären- oder Seitwärtsbewegung gehen, wenn Ethereum anfängt gegen Bitcoin zu fallen. Das heißt, wenn Bitcoin besser performt als Ethereum und somit muss man immer mehr Ethereum für einen Bitcoin ausgeben, dann fällt natürlich hier dieser Kurs. Und wir haben bis jetzt immer gesehen, vor unseren absoluten Run-Ups, das war bis jetzt immer in der Vergangenheit so, dass wir den Triple Top beim Ethereum Bitcoin Chart, also drei Tops gesehen haben, dann eine große Korrektur, nachdem wir hier so ein bisschen horizontalen Support gehabt haben. Ja, ich denke, ich kann nochmal ein bisschen reinzoomen. Support und dann, zack, 50% verliert Ethereum gegen Bitcoin an Wert. Hier an der Stelle waren es 40%, aber es sind immer sehr, sehr große Beträge. Jetzt hier an der Stelle sind wir bei knapp 25%, 30% sind vielleicht wieder ungefähr möglich. Zwischen 30% und 40% bis jetzt haben wir das gesehen. Und ich weiß, dass wir natürlich darüber geredet haben, Leute. Ich kann euch auch sagen, das letzte Mal, wo wir Ethereum geredet haben, habe ich euch auch gesagt, dass das eine wunderbare Short-Opportunity sein kann. Das alles hier stammt aus meinem letzten Video, wo wir diesen Chart benutzt haben. Also dieser potenzielle Short-Trade, den ich euch hier gezeigt hatte, der ist auch tatsächlich 1 zu 1 wahr geworden, seit dem Zeitpunkt, wo wir das letzte Mal über Ethereum Bitcoin geredet haben. Aber, diese Prediction, die wir hier hatten, ja. Aber, was wir jetzt auch ganz genau wissen, ist, dass das hier bald die Korrektur gewesen ist, die man bei Ethereum Bitcoin erwarten kann. Das heißt, selbst wenn Bitcoin jetzt nochmal auf die 50.000 Dollar korrigiert, ja, dann wird Ethereum Bitcoin nochmal ein bisschen weiter runtergehen, vielleicht die 40% voll machen. Aber danach können wir uns relativ sicher sein, solange nicht etwas passiert, was halt noch nie in der Vergangenheit passiert ist, dass Ethereum Bitcoin auch wieder anfangen wird zu wachsen. Und Leute, immer wenn das passiert, wenn wir bei Ethereum Bitcoin einen Reversal gesehen haben in der Vergangenheit, schauen wir uns das an. Dezember 2016, ja, war das erste Reversal. Erinnert euch, 2016, Ende, dann ganz 2017 waren sich Bullrun, bis noch Anfang 2018 für die Altcoins rein, ja. Mega, mega Run-up hier gesehen, ja. Ganz, ganz klar. Ende vom Bullrun übrigens und nochmal eine Korrektur hier auch wieder beim Breakdown. Dann hier auch an dieser Stelle wieder, Leute, guckt euch das an. Am 19. Dezember, ja, am 19. Dezember, Dezember 2019 und dann hier gegen Ende 2020 auch nochmal, haben wir auch wieder einen Reversal angefangen zu sehen und hatten dann ja auch den massiven Run in 2021. Jetzt sehen wir das selber. Und es kann natürlich sein, dass wir noch ein bisschen abkühlen, ja. Dass es bis, dass es noch tatsächlich zwei, drei Monate, vier, fünf Monate dauern kann, bis der wirklich große Run für Bitcoin kommt. Das ist tatsächlich möglich, Leute, ja. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz dazu sagen, dass selbst wenn Bitcoin jetzt nochmal auf 80.000 Dollar geht, darüber, damit beschäftigen wir uns im nächsten Video mit den etwas kürzeren Timeframes. Das hier ist wirklich lange Timeframes, ja. Das sagt nicht, dass Bitcoin nicht kurzzeitig auf 80.000 Dollar gehen kann. Darüber beschäftigen wir uns im nächsten Video mit den kurzfristigen Timeframes. Jetzt, wie gesagt, die langfristigen. Und auf den langfristigen ist es tatsächlich so, dass es potenziell sein kann, dass bis wir dieses wirklich aggressive Bullrun-Feeling und richtig, richtig krasse Run-Up wieder mal sehen, ja. Dieses absolute Bullrun-Peak, was sich alle so bald erhoffen eigentlich schon vor Bitcoin. Das kann sein, dass das sich noch Zeit lässt bis Ende nächsten Jahres tatsächlich, wo wir so ein richtiges Blow-off-Top mal wieder für Bitcoin sehen. Das heißt, ich wollte euch damit vor allen Dingen sagen hier mit dem Video, werdet nicht ungeduldig. Es spielt sich alles so ab wie immer. Aber es fängt nur alles immer länger an zu dauern. Der Markt wird größer, die Zyklen werden länger. Es läuft immer noch alles, so wie wir es erwartet haben, so wie wir es vor bereits Monaten prediktet haben. Und ich sage euch, ja, es wird auch höchstwahrscheinlich wieder so passieren, wie wir hier gerade in diesem Video sagen. Und es wird wahrscheinlich länger dauern, als viele erwarten, bis der Bullrun wirklich aggressiv nur noch gerade nach oben geht. Und bis das der Fall ist für uns, chartmäßig, bis dahin müssen wir uns auch nicht darum kümmern, gigantische Swing-Long-Positionen mit all unserem Geld aufzubauen. Aus diesem Grund, aktuell bin ich am Skull-Trade und ich nutze die Seitwärtsbewegung. Wir haben aus 30.000 Dollar, jetzt wo alle Trades zu sind, wir waren auch schon bei 145.000 zwischendurch, jetzt wo alle Trades zu sind, aus 30.000, 110.000 Dollar, zack, einfach mehr Kapital für mein HODL-Portfolio. Und das werden wir natürlich auch über die nächsten Wochen mit neuen Trades weiter vergrößern, ganz, ganz, ganz klar. Und das ist das, was ich auch aktuell im Auge behalte, für die sehr großen Timeframes. Litecoin, dementsprechend meiner Meinung nach auch immer noch eine Sache, die ich, die 30.000 Dollar Spot halte ich natürlich noch, mein Swing-Trade ist aber zu, mit dem haben wir auch 15.000 Dollar Gewinn gemacht, mit unserem Litecoin Swing-Trade oder 20.000, glaube ich sogar. Und hier, was ja ganz, ganz klar ist, Leute, werde ich auch noch weiter Spot akkumulieren bei Litecoin. Also nur weil Litecoin jetzt hier an der Stelle irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen auch dann die Füße erstmal einschläft, werde ich trotzdem auch ein bisschen Litecoin hier an der Stelle weiter akkumulieren. Spot, weil meiner Meinung nach sind wir hier immer noch bei einem relativ attraktiven Litecoin-Preis, vor allem weil wir davon ausgehen, dass wir gar nicht mehr so krass viel weiter korrigieren, bevor sich der Markt dann weiter fortsetzen wird. Wir gehen ja eher nur davon aus, dass es halt eben noch einen Moment dauern wird. Und deshalb habe ich auch Litecoin nicht nur mit einem Hebel gekauft, wo ich jeden Tag Funding-Fees zahle, sondern eben auch Spot, weil da zahle ich keine Funding-Fees. Aber naja, Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und diesen Kanal zu abonnieren. Schaut auf jeden Fall im nächsten Video vorbei, denn da werden wir jetzt dann wirklich auf die kleineren Timeframes gehen und uns damit beschäftigen, okay, wir wissen, was wir overall vom Markt eigentlich aktuell noch erwarten müssen über die nächsten Wochen und Monate. Das heißt, dementsprechend werden wir natürlich auch unsere Trading-Strategie ausrichten und dementsprechend werden wir natürlich auch auf den kleineren Timeframes auf bestimmte Sachen achten, auf bullische oder bearische Anzeichen, die mit unserer übergeordneten These der größeren Timeframes übereinstimmt. Naja, Leute, jetzt will ich aber sagen, das Video ist eh schon zu lang. Ich lade es jetzt einfach mal hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video, wie gesagt, in zwei, drei Tagen. Da beschäftigen wir uns dann auch nochmal mit den etwas kleineren Timeframes und was dafür hindeutet, dass wir vielleicht kurzzeitig, wie gesagt, jetzt auf die 50.000 oder 80.000 Dollar gehen. Das wird dann jetzt unser nächstes kurzfristige Diskussion sein. Gehen wir auf 80.000 oder 50.000 zuerst. Das heißt, in beiden Szenarien müssen wir trotzdem davon ausgehen, in beiden Szenarien müssen wir trotzdem davon ausgehen, dass ein wirklicher Blow-off-Run potenziell erst in der Mitte von 2025 wirklich startet, wenn wir uns hier den Ethereum-Bitcoin-Chart aktuell mal anschauen. Aber durch die ETFs und so hat sich auch einiges im Markt verändert. Das heißt, gucken wir einfach mal. Das ist nur aktuell das, worauf ich ein Auge habe. Jetzt sehen wir uns aber. Leute, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.